Auch unser nächstes Thema, das hat mit dem Netz zu tun. Vor einigen Tagen, da hat jemand in den USA einen Film ins Internet gestellt. Darin wird sich über die Religion Islam lustig gemacht und vor allem auch über den Propheten Mohammed. In vielen Ländern, wie hier in Pakistan, protestierten wütende Menschen gegen den Film und gegen die USA. Bei einigen Protesten kam es auch zu Gewalt. Und es sind sogar Menschen dabei gestorben. Jetzt hat eine Gruppe in Deutschland angekündigt, diesen Film, über den sich gerade so viele ärgern, im Kino zeigen zu wollen. Aber einige Politiker und Experten fordern, dass das verhindert werden muss und sogar verboten werden sollte. Und nun wird über dieses Verbot heftig diskutiert. Die, die mit einem Verbot verhindern wollen, dass der Film im Kino gezeigt wird, sagen zum Beispiel Der Film verletzt die religiösen Gefühle vieler Menschen und sie fühlen sich dadurch beleidigt. Wir sollten den Muslimen zeigen, dass wir ihre Religion achten. Eine Aufführung in einem deutschen Kino könnte auch hier gewaltsame Proteste auslösen. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Und auch im Gesetz steht, dass eine Veranstaltung, wenn es durch sie zu Gewalt kommen könnte, verboten werden kann. Allerdings gibt es auch Politiker und Experten, die eine Aufführung nicht verbieten lassen wollen. Sie sind der Meinung, Der Film ist zwar geschmacklos und blöd, aber um ihn zu verbieten, reicht das nicht. In Deutschland darf jeder seine Meinung frei sagen, auch indem er einen Film zeigt. Deshalb sollte man die Aufführung nicht verbieten. Denn die sogenannte Meinungsfreiheit steht im wichtigsten deutschen Gesetz, dem Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Es gibt also Argumente für und gegen ein Verbot, den Film in einem deutschen Kino zu zeigen.